Hallo, ich heiße Christian Brandschetter und ich möchte euch mal meine Freundin vorstellen. Wir sitzen gerade im Gasthaus Schadmüller in der Stadt Perk in Oberösterreich und ich habe sie da kennengelernt und sie möchte jetzt mit mir ein Liedchen singen für euch. Sie heißt Pamela. Okay, Pamela. Pamela Anderson. Okay, da stehst du nun mit Unschuld vor mir und wenn ich dich so anziehe, fahre mir immer wieder diese Dinge ein. Ich habe keine Wahl, ich muss dir alles beichten. Nummer eins, erstmal will ich dich küssen. Nummer zwei, ich beruhre deine Lippe. Nummer drei, in Gedanken will ich nicht nur tanzen. Nummer vier, schau mir tief in die Augen. Nummer fünf, ich werde dir Sinne dir rauben. Nummer sechs, ich fahre, dass dir eine Gänse haut. Ja, das war die, die zur Ötzi und mit ihr jetzt, da schauen wir mal. Hallo, hallo, ich bin's, Christian seine Freundin. Ich bin's, Christian seine Freundin. Okay, das war meine Freundin, da im Gastos Stad Müller, in der Stadt Perk in Oberösterreich. Also ich bin Videomacher, schaut euch einfach mal meine Videos auf YouTube an. Da würde ich mich sehr freuen. Macht es, ciao. Ciao. Buse.